Oh Gott, ich bin wieder fast gestorben hier. 100% wird mir am Ende ne fucking Kiste fehlen. Hatten wir eben auch so viele. Das sieht aber sehr leer geräumt aus. So. So, hier weiß ich, ich muss einen großen langen Sprung machen. Ein Leben. Das wäre cool, wenn wir ein Leben für eine Akkumaske eintauschen könnten oder fünf Leben für eine Akkumaske. Ich glaube, das wäre es gewesen. Ja, das wäre es gewesen. Machen wir mal hier rum. Gehen wir mal so rum. Oh Gott. Ne, mein Hals ist nicht grün, das ist mein Headset. Oh Mann. Äh, mein Headset, mein Mikrofon. Also, da könnte man aber drüber streiten. Ich glaube schon, dass ich da noch auf dem Ding drauf war. Wir haben ja noch 95 Leben. Ah, ich bin zu... ...ins... ...in 22 Kisten. Aber dann weiß ich... ...wo Ende ist. Weg. Ein langer Spur. So. Mein Oberschenkel juckt. Was ist mit dir? So, ist hier jetzt schon Ende, oder...? Letztel. Da Ende. Hier ist Ende. Da vorne ist dann wieder der Checkpoint. Soll jetzt bloß nicht getroffen werden. Ich finde 28 Kisten hier an der Stelle ist ein bisschen wenig, oder? Wenn da vorne schon das Ende ist. Wenn da vorne schon das Ende ist. Und zwei sind hier noch. Guck. Ich glaube, irgendwo war, habe ich noch was vergessen. Ah, da ist recht, aber glaube ich trotzdem nicht. Doch. Oh. Oh, ist sehr befriedigend. Äh... Ich mag ja... ...medieval nicht so. Jetzt habe ich direkt wieder 1000 Hater hinter mir. Ach, so. Lights out. Okay, hier dürfen wir nicht sterben. Hm. Man muss alle Kisten einsammeln. Und nicht sterben. So war das. Wieviel haben wir denn? Wieviel haben wir denn? Fünfzehn Kistchen. Warum habe ich denn hier noch keinen... Ach, Moment. Da geht noch... Habe ich die Uhr eingesammelt? Kann ich das trotzdem noch schaffen? Da ging, glaube ich, der gelbe Edelstein... Okay, jetzt ist es sowieso egal. Okay, jetzt ist es sowieso egal. Wie ging, glaube ich, der Edelstein nach oben oder so, ne? Da waren noch die letzten zwei Kisten oder so. Hm, ne. Nein, 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 nein. Was ist jetzt hier? Irgendwie mag ich die Musik hier. Plötzlich auch so... Die Mäuse sehen nicht mehr so süß aus, das stimmt. Drei Kitschen, Entschuldigung. Jetzt gehen wir aber erstmal noch die anderen holen, die jetzt auf dem Weg liegen, falls da noch überhaupt welche sind, aber ich glaube nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ihr geschrieben habt. Nö, steht nix besonderes, ihr habt nix besonderes geschrieben. So, haben wir hier noch irgendwas, oder? Müssten wir eigentlich alles haben, ne? Was ist hier eigentlich mit, äh... Ich glaube, das heben wir uns bis zum Schluss auf. Einfach mal schön gedrückt davor, wo war denn der Level? War das nicht Jungle-Rollers, oder so? Holder Dash. Ähm, alle Kisten hier, genau. Gibt's hier Animationen eigentlich nicht, dass Crash dann nach vorne fällt? Wenn der Stein da hinten reinknallt? Ich hab halt übrigens gelesen, dass das neue Rammstein-Album wahrscheinlich Frühjahr 2019 kommen soll. Das hat anscheinend Paul Landers mal in irgendeinem Interview gesagt. Oh nein, der kommt ja immer näher. Der kommt gleich wieder daut. Der Stein hier so extrem schnell ist. Das ist ja wie in der Beta. Glock. So, was sagt ihr? 14 von 35. Ich hoffe mal, dass sie gezählt hat. Langsam muss es aber auch mal gut sein mit dem Level. Ja. Da war es wieder so weit, dass die Google extrem schnell war. Also ich find, so schnell war die im ersten Teil nicht. Ich bin jetzt auch nicht scheiße gelaufen oder so. Ich bin jetzt auch nicht scheiße gelaufen oder so. Oh, so. Oh. 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 Okay. Das mag ich hier unten voll. Wie das so aussieht mit den Leuchtepilzies. Steht voll auf Leuchtepilze. Ich mag eigentlich Pilze im Böden. Also jetzt nicht zum Essen. Finde ich zu, der Pilz-Fan. Zum Einkaufen sind die schon schön. So, wir haben so 100 Prozent. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir machen es nicht wie der Dennis, wir fangen einfach an. Wir machen nicht von hinten nach vorne, wir fangen von vorne an. So. Insanity Beach. Brennen kann man hier, glaube ich, noch nicht. Deswegen muss ich mir das so machen. Oh, da war eine Dreierkiste. Die hätte ich höchstwahrscheinlich mitnehmen müssen, wenn ich kein Gold mehr kriege. Ach, da kann ich eh in die Tonne kloppen, weil ich keinen Akku bekommen habe. So. Hallo Nordic Boa. So, da oben war was. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Verzeiht mir, dass ich so extrem schlecht bin. Das wird 100 pro kein Gold. So, da oben. Nur so 4. G. Wunderschön. Wo ist denn Gold? Ist das bei... 30? 29? Können wir mal gucken. 28. Ich ging mal hin. 30?